so guten morgen willkommen zurück zu forsaken ja nein spiel ist scheiße viel zu überzogen schwer deswegen habe ich mich dazu entschlossen es abzubrechen ja das heißt ich spiele jetzt nicht mehr weiter legt mich keine lust mehr das war dann mit dem next projekt weiter das werden schleife hat egal kann das war es mit forsaken sehen uns dann beim next projekt viele sehen es nächsten mal